Die freie syrische Armee reklamiert für sich Kanzler des Regimes unterstürzt. Gut, wir uns sehen, wir, über russische Technik, sagt der Kencher, Putin, schau her, wir trampeln auf deinen Waffen. Russland, so wie es heute bekannt soll, Syrien ist auf der Wichtenausnahme, aber auch russisch ist die jüdische Städte im Grundaufenthalt orte von Journalisten. Die Opposition lautet sich einmal mehr auf die Schraube. In der Ratschule ist ihre Vorderung ein Absatz zu tun. Ein Lauf. Begleitmusik bekommt...